jetzt wollen wir dann von außen ein bisschen schöner machen das ist das praktische an meiner wohnung im moment ne ich hab ich bin so dumm servus leute und herzlich willkommen zum neuen zum neuen teil des projekts immer noch mehr wie der tatsache war das so ich muss jetzt hier eine frage warum sagt eigentlich jeder ich hab alle bei julio in die kommentare und bei oft die hashtag auf die ist unfähig das kann nicht sein ich nehme mir auf ohne probleme vielleicht bist du dafür nicht unfähig ja wo bin ich dann unfähig in allen anderen und die wären kein plan ja also da muss ich erst mal was ausdenken moment so und da würde ich sagen dass man das erfahrene mit gut mit er das sieht sehr scheiße aus dass ich das höchstens alles mit dienst und macht ein schöner stone ja ich hab auch gesagt dass ich das erste hinaus gibt es gibt es gibt das die jenes mir egal es gibt das was mir egal ist ach und es gibt noch was weiß ich das ist das praktische an meiner wohnung im moment ich hab ich bin so dumm einmal kann ich jetzt folge gehalten glas und hier einsetzen ich mache das doch ist ein kleines balkon oder so macht ein glasmann ist geiler weil wenn du auf die feine hast ist das glas mit connected textures verbunden ja dann ist gut mit spektrums auf jeden fall verbunden ich weiß ich weiß es nicht ich glaube aber auch ja toll äh könntest du irgendwie vielleicht helfen bitte hier unten ich hab mein jetpack in meiner wohnung vergesst und bin hier unten angefallen da ist der schuld ich glaube ich das super und ich mache meine werfe ich möchte aber sie wird schön aus oder mit einem ausblick auf dem niveau auf deine baldige wohnung sagt mal ja 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 und meine wohnung nehmen eine wohnung erhebt gibt es leicht Prozent ganz normal die Kriegsdorgen Treppen das wäre noch mal ganz oder diese diese haupt selbst sagt die Storen ich finde es heute neu ein Buss in Minecraft geben ich finde die Sonnigrufe einführen als was damit ihn irgendwie in so einem Tempel finden und den kann dann umbringen kann wie das man eben in dem Tempel beschworen kann das wäre doch mal was er das so was M liebe Minecraft Entwickler oder die wo es gerade irgendwas dafür machen durch die Europäne hinzufügen aber es ist nur eine Legende ist oh scheiße ich hätte ne Idee guck mal die da wäre warte ich hab das angesammelt warte hab ich nicht egal auf jeden Fall äh guck mal du es gibt ja von Stone diese Halbslabs ne also nicht die Stone Slabs die ganz normalen sondern die mit dir die Halben ja Pover Slap genau die kannst du ja so klein machen dass die nur so ein Viertelblock sind und die dann so hier halb hin machen verstehst du dass das so ausbildet wie so eine ganz normale Stone Treppe dass das auch keine Farbunterschied macht und so was ist das kann man sich noch mal halb machen ach so ja ich weiß was du meinst aber schon muss ich jetzt hier noch ein bisschen weiter höher bauen scheiße ich hab vergessen einen Timer so schnell nach egal ich bin doch jetzt gerade auf drei Minuten naja na gut dann reden wir noch ein bisschen weiter was würde ich denn noch in Minecraft verändern wollen wenn Minecraft würde ich noch verändern wollen ich bin dafür mehr Endbosse also wenn ich so ein Survival Projekt oder so macht halt oder irgendwie sowas halt ich wäre auch so ein bisschen dafür dass man ein bisschen mehr für die für die äh Einrichtung tut zum Beispiel dass es einen Stuhl gibt oder sowas ne verstehst du ich meine es gibt einen Mod dafür aber ich fäng ganz gerne wenn das jetzt auch man kann es eingeführt werden dass man sich dass man sich auf Treppen dass Treppen wenn man da beispielsweise Schilder dran macht dass man sich da drauf setzen kann oder also dass das nur geht wenn man da Schilder dran macht das ist so aus wie ein Sessel sieht doch wie es jetzt ganz schnick aus ja würde ich auch ein bisschen dafür ähm das ist für jeden Fall auch nur cool ja gut Endbosse haben wir ja schon gesagt äh brauchst dich nicht wiederholen ähm ähm das kann man auch hinzufügen hast du hast du mir ein bisschen Holz ins Lager getan ne ich hab alles noch im Inventar na gut dann kann ich warte mal geht ja schnell hm da jetzt noch neue Bäume gewachsen oh Gott das hat bei mir gerade so einen grünlichen Schimmer das oh Gott wie geil sieht das denn aus ja ja wegen diesem das sind wir glaube in einem also irgendwie sehen die Blätter auch dunkler aus also sonst es scheint am Biom zu liegen ja hier können wir auf jeden Fall schön hier kommen wir jetzt noch schön vielleicht kommen wir auch hier in meinem Minecraft ähm Ding äh wäre ich auch noch gut äh ich weiß nix er möchte nicht anfangen mit dem Satz was kann sie eigentlich in dem Inventar wieder aussortieren lassen boah das ist so nervig dass ich ziehen kann das kommt nicht das kommt nicht das kommt das ist eine der besten wir können aber der jetzt kam Prozent das mit dem Inventar ziehen da ja ich auch zum Beispiel die sich zum Beispiel dass du auch im Inventar einfach Q drücken kannst und dann was droppen lässt oder so die ganzen Shortcuts bin ich ne echt brillantie Idee früher kam auch vor unnötige Updates raus früher kamen auch ein paar unnötige Updates raus ja ich meine jetzt auch 1,7 von 1,7 2 bis 1,7,5 die waren auch 1,7,9 die sind also unnötig da gibt es nur leichte Bugfixes das könntest du doch auch gleich in 1,8 machen oh man das weiß ich nicht was ich machen wollte ich habe dich jetzt aus dem Konzept gebracht ja da wollte ich nicht äh 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 ich weiß wirklich nicht mehr was ich machen wollte äh kann ich mir mal deine Want of Excavation leihen ne ich kann dir einen machen ja mach mir mal eine ich hab keine Lust die ganze mit so ner dreckigen Eisenspielzocker da ewig abbauen abbauen zu müssen ähm äh 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 ich benutze es hier hehehe oh ich soll mir mein Chatpack auffüllen gehen hab ich auch noch nichts gemacht soo ich guck mal ein bisschen rein was du da machst ich teck das ganze gezauber nicht So, dann machst du mal eine Wand auf dein Ding da rein, äh, Schad und... Äh, das brauche ich erstmal einmal. Dann... Ja. Ach, dann machst du dann gleich wieder Blub. So, einmal so. Äh, ich brauche nur ein... so ein Kack-Ding. Warum will ich nicht, was ich schad... lol? Achso, ich stehe den... lol? Äh. Lol? Da oben. Jetzt, ja, hallo, geh mal weg für jetzt. Ah, gut, danke. Gibt es da die Ökos-Torberung, die, äh, die das unendlich macht? Ähm, nee. Ich dachte... Äh, ich geh mal mal verzaubern, hab gerade viel Level. Ich hab mal schlafen kurz. Jo, bin nicht drin. Naja, ich komm mal drauf. Nein, ich nehm nicht drin, aber jetzt nehm ich drin. Robert Schmidt, Morsakrat, um mich rumgespackt. Ja, ich weiß noch nicht, bei wie vielen Minuten wir jetzt sind, aber trotzdem danke fürs Zuschauen. Lass den Partner posten, wer da. Und jetzt nur 10 Minuten. Ja, so wollte ich hier ungefähr, um die zu folgen, so 10 bis 15 Minuten immer noch. Ja, okay. Ja, okay. Äh, äh. Was ist denn so geil? Lass eine positive Bewertung da. Äh, Kritik in den Kommentaren und... Oder schreibt auch in den Kommentaren, was ihr denn noch gerne Minecraft verändern würdet, oder Minecraft am besten fandet, was jetzt, äh, da dazugekommen ist. Zum Beispiel bei mir, bei mir nur ist ja, dass man das Inventar ziehen kann. Ja, und bis zum nächsten Mal, haut rein, schau, Pfau. Tschüss. Tschüss.